Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Plus Minus. Hungerlohn am Fließband. Vielleicht haben Sie diese ARD-Reportage gesehen, die vor einigen Wochen im Ersten lief. Ein SWR-Reporter arbeitet undercover bei Daimler und verdient dabei so wenig, dass er mit Hartz IV aufstocken muss. Er ist nämlich nicht beim Autokonzern selbst angestellt, sondern Leiharbeiter bei einer sogenannten Werkvertragsfirma. Der Film hat eine große Diskussion über diese sogenannten Werkverträge ausgelöst, die es nicht nur bei Daimler gibt, sondern bei allen Autokonzernen. Viele Betroffene haben sich bei uns gemeldet und uns berichtet von ihren eigenen Erfahrungen mit Lohndumping und Werkverträgen. Diese drei haben völlig unterschiedliche Berufe. Aber sie verbindet etwas. Sie arbeiten in der Automobilindustrie. Und sie haben Angst um ihren Job. Deswegen treten sie nur anonym und unter anderem Namen auf. Sie arbeiten über einen Werkvertrag und verdienen deutlich weniger als ihre Kollegen aus der Stammbelegschaft. Der Lagerist von CEWA, der Schulter an Schulter mit VW-Kollegen arbeitet, aber fast 65 Prozent weniger verdient als sie. Der Techniker von Volke, der in der Entwicklung bei Volkswagen arbeitet und rund 40 Prozent weniger bekommt als der VWler. Der Versuchsfahrer, angeworben von MB Tech, verdient bis zu 75 Prozent weniger als vergleichbare Daimler-Kollegen. 12 Uhr Mittag, Daimler-Werkstor in Untertürkheim. Schichtwechsel für die Versuchsfahrer. Hans B. zeigt uns Testfahrzeuge und ihre Fahrer. Die Mehrheit, so schätzt er, arbeitet mit Werkvertrag. Ja, das ist einer. Das war sogar ein Fahrer, den ich kenne. Das ist auch ein Versuchsfahrzeug. Das ist auch einer. Da kommt wieder einer. Die meisten Fahrer vermutlich mit Werkvertrag. Der funktioniert so. Firma A vergibt Firma W einen Auftrag für ein Projekt, eine Dienstleistung, ein Werk. Es bleibt der beauftragten Firma W überlassen, wie sie den Auftrag erfüllt. Also beispielsweise mit wie viel Personal, wie viel sie bezahlt. Wichtig, Firma W arbeitet weitgehend selbstständig mit eigenem Werkzeug und Know-how. Häufig ist noch eine Leiharbeitsfirma dazwischen geschaltet. Zahlen darüber, wie viele Menschen über Werkverträge arbeiten, gibt es nicht. Denn Werkverträge schließt nicht die Personalabteilung, sondern der Einkauf ab. Seitdem für Leiharbeit Normallöhne bezahlt werden müssen, boomen die billigeren Werkverträge, sagt Wirtschaftsprofessor Stefan Sell. Ja, wir haben natürlich eine Wachstumsbranche. Das ist tatsächlich die Werkvertragsbranche. Und warum die wächst, das ist doch ganz klar. Weil die Stammbelegschaft immer mehr ausgedünnt wird. Und das sieht man zum Beispiel darin, dass die größten Wachstumsraten haben Werkvertragsfirmen, die Ingenieure ausleihen. Also hochqualifiziertes Personal. So wie Franz S. Er arbeitet in einem Geheimbereich bei VW, der Forschung und Entwicklung. Herzstück eines jeden Unternehmens. Trotzdem, seit Jahren ist er bei Volke und nicht bei VW angestellt. Und auch er fühlt sich ausgenutzt. 2009, da war ja die Wirtschaftskrise. Was mich allerdings gewundert hat, Volkswagen konnte 2009 seinen Mitarbeitern eine Prämie, ich glaube es sind 3.500 Euro gewesen, auszahlen. Und im gleichen Zeitraum ist man vielen Fremdfirmenmitarbeitern und auch mir ans Gehalt gegangen. Ich habe Kürzungen hinnehmen müssen. Das ist natürlich nicht schön. Im Bereich Forschung und Entwicklung ist der Anteil von Fremd- und Stammbelegschaft inzwischen nahezu gleich groß. So eine Abfrage der IG Metall bei den großen Automobilherstellern. In ihrem Umkreis sind unzählige Firmen entstanden, die über Werkverträge auch Ingenieursleistungen erbringen. Die AutoVision und Volke bei Volkswagen, im Umfeld von Daimler und Porsche, MB Tech und Bertrand beispielsweise. Und um sie wiederum haben sich unzählige Leiharbeitsfirmen gruppiert. Testfahrer Hans B. hat für Bertrand und MB Tech gearbeitet, über so eine Leiharbeitsfirma. Man verdient ja an jedem Fahrer, den man möglichst über Unterfirmen bekommt. Und das Ganze wird so billig wie möglich gestaltet. Dabei gibt es noch ein Problem. Stammpersonal und Vertragsarbeiter müssen per Gesetz getrennt voneinander arbeiten. In der Praxis ist das häufig schwer umzusetzen. Willi B. arbeitet als Lagerist bei VW, ist aber bei CEWA angestellt. Wir machen dieselben Tätigkeiten wie die Kollegen von Volkswagen. Sind in den Arbeitsablauf integriert, arbeiten Hand in Hand. Das geht gar nicht ohne uns. Räumliche Trennung ist nicht möglich. Und es ist so, dass die Kollegen Anweisungen bekommen von den Kollegen von Volkswagen, sprich von den Führungskräften. Wenn man nicht diese andere Arbeitskleidung anhaben würde, würde man nicht merken, dass wir nicht zur Stammbelegschaft gehören. Doch wer bei solchen Verstößen erwischt wird, hat einen Ausweg, erläutert Stefan Sell. Wenn das jetzt rauskommt, müsste normalerweise das entleihende Unternehmen diese illegal beschäftigten Leiharbeiter übernehmen in ein festes Arbeitsverhältnis, müsste die Löhne nachzahlen, die Sozialversicherungsbeiträge und würde sogar ein Strafverfahren bekommen. Jetzt gibt es aber ein Schlupfloch und das ist wirklich skandalös. Die Werkvertragsfirma kann sich einfach ein Dokument besorgen, die Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung. Wenn die Firma gegen den Werkvertrag verstößt, kann sie die Kontrolleure auf die Erlaubnis zur Leiharbeit hinweisen und kommt ohne Strafe davon. Auf Anfrage von Plusminus bestätigt das Arbeitsministerium, der Missbrauch unter dem Deckmantel von Werkverträgen sei bekannt. Handeln werde man aber erst nach der Bundestagswahl. Man weigert sich hier ganz systematisch, verschiebt diese Angelegenheit bis zur Wahl. Das dauert dann wieder, einfach um das Problem auszusetzen. Man könnte das mit einem Federstrich lösen, das Problem. So können die Firmen weiterhin relativ gefahrlos Fremd- und Stammbelegschaft zusammenarbeiten lassen und Personalkosten sparen. Zur Nutzung von Werkverträgen schweigt Daimler. VW schreibt an Plusminus, das sei ein normaler Vorgang. VW achte auch bei den Lieferanten auf hohe soziale Standards. Und das war Plusminus für heute aus Stuttgart. Mehr zu unseren Themen wie immer auf plusminus.de und dem ARD-Text Seite 375. Danke fürs Zuschauen. Einen schönen Abend noch hier im Ersten. Tschüss, bis bald. Tschüss, bis bald.